Ich weiß kaum, wo beginnen, wenn ich auch manchmal scherzhaft den Grund für alles Charlie Forreset ankreide. Er besaß ein Sommerhaus im Mill Valley im Schatten des Tamalpe, bewohnte es aber nur, wenn er sich die Wintermonate vertreiben und beim Lesen von Nietzsche und Schopenhauer sein Gehirn zur Ruhe kommen lassen wollte. Wenn der Sommer kam, so zog er es vor, ein heißes und staubiges Dasein in der Stadt auszuschwitzen und unablässig zu schuften. Wäre es nicht meine Gewohnheit gewesen, ihn jeden Samstagnachmittag aufzusuchen und bis Montagmorgen zu bleiben, so hätte mich dieser besagte Januermontagmorgen nicht in der Bucht von San Francisco gesehen. Man kann nicht sagen, dass ich mich auf einem unsicheren Gefährt befand, denn die Martinez war eine neue Dampffähre, die ihre vierte oder fünfte Fahrt auf der Route Sausalito San Francisco zurücklegte. Die Gefahr lag vielmehr in dem dichten Nebel, der die Bucht bedeckte und von dem ich als Landratte kaum eine Vorstellung hatte. In der Tat erinnere ich mich noch der leichten Erregung, mit der ich meinen Platz vorne auf dem Oberdeck direkt unterhalb des Steuerhauses eingenommen hatte und dem Geheimnis des Nebels erlaubte, meine Fantasie zu umwehen. Und wahrlich, romantisch war dieser Nebel, wie der graue Schatten unendlicher Rätsel, der über dem wirbelnden Fleckchen Erde brütet, während die Menschen, reine Staubkörnchen von Licht und Funken, verflucht zu einem ungesunden Wohlgefallen an der Arbeit, ihre Pferde aus Holz und Stahl durch das offene Herz diese Rätsel jagen, sich blindlings ihren Weg durch das Ungesehene bahnen, Lärmen und Schreien in selbstbewusstem Vortrag, obschon ihre Herzen schwer sind von Ungewißheit und Furcht. Ich blickte auf. Der Kapitän hatte Kopf und Schultern aus dem Steuerhaus gestreckt und starrte gebannt in den Nebel, als ob er ihn durch reine Willenskraft durchdringen könne. Sein Gesicht war ängstlich. Dann geschah alles und mit unfassbarer Geschwindigkeit. Der Nebel schien, wie von einem Keil gespalten, auseinander zu brechen und der Bug eines Dampfschiffes wurde sichtbar, beidseitig Nebelschwaden mitziehend, wie Seegras auf der Schnauze des Liliathans. Wir mussten wohl im rechten Winkel Mitschiffs getroffen worden sein, denn ich sah nichts. Der fremde Dampfer hatte mein Gesichtsfeld passiert. Ich wurde flach auf das nasse Deck geschleudert und ehe ich mich noch aufrichten konnte, hörte ich schon das Geschrei der Frauen. Es waren, ich bin mir sicher, die unbeschreiblichsten Töne, die das Blut gerinnen ließen und mich in Panik trieben. Dies waren Frauen aus meiner Gesellschaftsschicht, wie meine Mutter und meine Schwestern, von Todesfurcht überkommen und nicht bereit zu sterben. Und ich erinnere mich, dass die Geräusche, die sie von sich gaben, mich an das Quieken von Schweinen unter dem Schlachtermesser denken ließen, und ich wurde vom Grauen der Lebendigkeit dieses Vergleiches ausgepackt. Diese Frauen, fähig der erhabensten Empfindungen, der zärtlichsten Sympathien, hatten weit aufgerissene Münder und schrien. Sie wollten leben, sie waren hilflos wie die Ratten in der Falle, und sie schrien. Die Martinez mußte sehr schnell sinken, denn das Wasser war schon sehr nahe. Viele Passagiere sprangen über Bord, andere im Wasser schrien, um wieder an Bord geholt zu werden. Niemand beachtete sie. Ein Schrei hob an. Wir sinken! Wie ich ins Wasser kam, weiß ich nicht. Aber ich wußte, und zwar sofort, warum diejenigen im Wasser sich so sehnsüchtig auf den Dampfer zurückwünschten. Das Wasser war kalt, so kalt, dass es schmerzhaft war. Ich spürte, dass ich nur wenige Minuten überleben konnte. Während die Zeit verstrich, wunderte ich mich, dass ich noch am Leben war. Die Geräusche wurden undeutlicher, aber ich vernahm einen letzten verzweifelten Chor der Schreie aus der Ferne und wußte, dass die Martinez untergegangen war. Ich war allein. Ich gestehe, dass mich nun der Wahnsinn überkam, dass ich so laut kreischte, wie die Frauen gekreischt hatten und mit meinen tauben Händen ins Wasser schlug. Wie lange dieser Zustand andauerte, weiß ich nicht, denn eine Ohnmacht unterbrach ihn, von der ich nicht mehr behalten habe, als die Erinnerung an unruhigen, schmerzhaften Schlaf. Ich schien in einem mächtigen Rhythmus durch den unermesslich weiten Orbit zu schwingen. Funkelnde Lichter sprühten und schossen an mir vorüber. Sie waren Sterne, das wußte ich, und glühende Kometen, die meinen Flug zwischen den Sonnen begleiteten. Als ich die äußerste Grenze meines Schwunges erreicht hatte und gerade zurückschwingen wollte, schlug und donnerte ein gewaltiger Gong. Für eine unermessliche Zeitspanne, eingebettet in den Wogen gefälliger Jahrhunderte, genoß ich und reflektierte über meinen großartigen Flug. Doch dann wechselte der Ausdruck auf dem Gesicht meines Traumes. Denn ein Traum, sagte ich mir, mußte das sein. Mein Rhythmus wurde immer kürzer. Ich wurde mit verwirrender Hast von Schwung zu Gegenschwung gepeitscht. Ich konnte kaum Atem holen, so ungestüm wurde ich durch die Himmel geschleudert. Der Gong donnerte immer häufiger und furioser. Jedes Mal erwartete ich ihn mit unbeschreiblichem Entsetzen. Dann war mir, als würde ich über raue Sandflächen geschleift, die weiß in der Sonne glühten. Das löste ein unerträgliches Angstgefühl in mir aus. Meine Haut wurde geröstet in Feuerqualen. Der Gong dröhnte und toste. Die funkelnden Lichter schossen nun in einem solch endlosen Strom an mir vorbei, als würde sich das ganze Sternensystem in den leeren Raum ergießen. Ich keuchte, rang unter Schmerzen nach Luft und öffnete die Augen. Zwei Männer knieten an meiner Seite und bearbeiteten mich. Mein mächtiger Rhythmus war das Heben und Senken eines Schiffes auf See. Der gewaltige Gong war eine Bratpfanne, die an der Wand hing und bei jeder Bewegung des Schiffes klapperte und schepperte. Der raue, röstende Sand waren harte Männerhände, die meine bloße Brust rieben. Ich krümmte mich vor Schmerz und hob den Kopf ein wenig. Meine Brust war rot und wund, und ich konnte winzige Blutstropfen aus der zerfetzten und entzündeten Haut hervorquellen sehen. »Na, wie fühlen Sie sich nun, Herr?« Der Mann, der gesprochen hatte, war unüberhörbar ein Cockney, der das Glockengeläut Londons schon mit der Muttermilch eingesogen hatte. Eine schmutzige Leinenmütze auf seinem Kopf und ein dreckiger Juteschurz um seine schlanken Hüften verrieten, daß er, der Koch, in der entschieden schmutzigen Kombüse des Schiffes war, auf dem ich mich befand. Er drückte mir mit den Worten »Hier, das wird Ihnen gut tun«, einen dampfenden Becher in die Hand. Es war ein widerliches Gesöff, Schiffskaffee. Aber seine Wärme war wiederbelebend. Über dem Arm des Kochs hing eine lose und zerknüllte Ansammlung schlecht aussehender und übel riechender Kleidungsstücke. Die waren feucht beiseitegelegt, Sir, bemühte er sich um Erklärung. Aber Sie werden mit Ihnen schon zurechtkommen müssen, bis ich Ihre am Feuer getrocknet habe. Ich hatte ihn von Anfang an unsympathisch gefunden, und während er mir beim Anziehen half, wurde mein Unbehagen noch größer. Etwas Abstoßendes lag in seiner Berührung. Ich wich vor seiner Hand zurück. Mein Fleisch widersetzte sich. Deshalb, und wegen der Gerüche aus den verschiedenen Töpfen, die auf dem Herd in der Kombüse kochten und brodelten, war ich in großer Eile, an die frische Luft zu kommen. Außerdem gab es das Bedürfnis, beim Kapitän herauszufinden, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten, um mich an Land zu setzen. Und wem habe ich für all die Freundlichkeit zu danken, fragte ich, als ich voll ausstoffiert da stand, eine winzige Knabenmütze auf dem Kopf und als Rock eine verschmutzte, gestreifte Baumwolljacke, die in meinem Kreuz endete und deren Ärmel gerade über meinen Ellenbogen reichten. »Margridge, Sir«, sagte er kriecherisch, während sich auf seinem weibischen Gesicht ein schmieriges Lächeln breitmachte. »Thomas Margridge, Sir«, und zu ihren Diensten. »Gut, Thomas«, sagte ich, »ich werde dich nicht vergessen, wenn meine Kleider wieder trocken sind.« Ein leichter Schimmer überzog sein Gesicht, und seine Augen leuchteten, als wären in der Tiefe seines Wesens seine Vorfahren zum Leben erwacht und hätten sich in der dämmerigen Erinnerung an die in vorherigen Leben erhaltenen Trinkgelder in Bewegung gesetzt. »Danke, Sir«, sagte er sehr dankbar und sehr demütig. Im gleichen Moment, als die Tür zurückschwang, rutschte er beiseite, und ich trat an Deck. Mein erster Gedanke war, daß ein Mensch, der einen Schiffbruch überlebt und Auge in Auge mit dem Tod gestanden hatte, eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als mir zuteil wurde. Jedermann schien sich aber nur für das zu interessieren, was Mitschiffs vorging. Dort lag ein großer Mann mit dem Rücken auf einem Lukendeckel. Er war anscheinend bewusstlos, aber sein Mund war weit geöffnet und die Brust hob sich, als ob er ersticken würde, während er lautstark um Atem rang. Ein Matrose, der von Zeit zu Zeit ziemlich methodisch geradezu routiniert einen Segeltucheimer am Ende eines Taus ins Wasser warf, zog ihn Hand über Hand wieder hoch und goss seinen Inhalt über den Liegenden. Wütend auf seinem Zigarrenstummel kauend, schritt an Deck ein anderer Mann auf und nieder. Er mochte wohl fünf Fuß und zehn oder zehneinhalb Zoll messen, aber mein erster Eindruck oder vielmehr mein erstes Gefühl von ihm war nicht das der Größe, sondern das der Stärke. Es war eine Stärke, wie wir sie gewohnt sind, mit primitiven Geschöpfen zu verbinden, mit wilden Tieren, mit jenen Kreaturen, die wir uns in der Fantasie als unsere baumbewohnenden Ahnen vorstellen. Eine ursprüngliche, wilde, in sich selbst lebendige Kraft, die Essenz des Lebens, die Potenz der Bewegung, der Grundstoff selbst, aus dem die vielen verschiedenen Lebensformen geknetet wurden. Kurz gefaßt, jene Kraft, die noch den Körper der Schlange windet, wenn der Kopf abgeschlagen und die Schlange als Schlange tot ist, oder noch in dem formlosen Klumpen Schildkrötenfleisch verharrt und zurückzuckt, und seine Füße trafen das Deck stark und sicher. Jede Muskelbewegung, ob er die Schultern hob oder die Lippen um die Zigarre presste, war entschlossen und schien ihren Ursprung in einer Kraft zu haben, die ausufernd und überwältigend war. In der Tat, obwohl diese Kraft jede seiner Handlungen durchdrang, schien sie mir nichts als die Ankündigung einer noch größeren Stärke, die dahinter lauerte, die schlummernd lag und sich nur von Zeit zu Zeit regte, die aber jeden Augenblick erwachen konnte, schrecklich und unwiderstehlich, wie das Wüten eines Löwen oder der Zorn eines Sturmes. Der Koch steckte den Kopf zur Kombüsentür heraus und grinste mich ermutigend an, während er gleichzeitig mit dem Daumen in die Richtung des Mannes deutete, der an der Luke auf- und niederschritt. So wurde mir zu verstehen gegeben, dass er der Kapitän war, der Mensch, den ich sprechen und bemühen musste, mich irgendwie an Land zu setzen. Ich war gerade im Begriff hinter mich zu bringen, was meiner Einschätzung nach sicher fünfstürmische Minuten werden würde, als der Unglückliche, der auf seinem Rücken lag, einen noch heftigeren Erstickungsanfall erlitt. Der Kapitän, oder Wolf Larsen, wie die Männer ihn nannten, hielt an und starrte herunter auf den Sterbenden. Der Sterbende trommelte mit seinen Fersen auf den Lukendeckel, streckte seine Beine aus, erstarrte in einer einzigen großen Anstrengung und rollte seinen Kopf von einer Seite zur anderen. Dann entspannten sich die Muskeln, der Kopf hörte aufzurollen, und ein Seufzer tiefster Erleichterung floß über seine Lippen nach oben. Das Kinn fiel herab, die Oberlippe hob sich, und zwei Reihen tabakverfärbter Zähne wurden sichtbar. Es schien so, als ob seine Züge zu einem teuflischen Grinsen über die Welt erstarrt waren, die er verlassen und überlistet hatte. Dann geschah etwas ganz Überraschendes. Wie ein Donnerschlag fiel der Kapitän über den Toten her. Flüche prasselten in unaufhaltsamem Strom von seinen Lippen, und es waren nicht etwa gewöhnliche Flüche oder bloße Ausdrücke der Ungehörigkeit. Jedes Wort war eine Gotteslästerung, und der Worte waren viele. Sie knisterten und krachten wie elektrische Funken.